Trotzdem Sex. Was heißt hier trotzdem Sex? Also trotz aller möglichen Umstände, trotz aller möglichen Bedenken, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Unvollkommenheiten. Das ist damit gemeint. Trotzdem Sex. Sex ist einfach Sex. Ich habe es ja an anderer Stelle auch schon beschrieben in Audios. Wir legen vielleicht als Menschen zu viel Wert auf diesen besonderen Sex, auf diesen speziellen Sex, diesen absoluten Sex, den richtigen Sexpartner, die richtige Sexpartnerin. Und wir kriegen die vielleicht auch mal irgendwo an irgendeiner Stelle, aber oft ist es doch nicht der Fall. Aber das Bedürfnis nach Sexualität ist immer wieder vorhanden. Es ist automatisch vorhanden. Es regeneriert sich und generiert sich geradezu immer wieder, so wie wir Hunger kriegen, Durst kriegen, so wie wir austreten, Kaka machen, Pipi machen und so weiter. Es ist ein grundlegendes, natürliches Bedürfnis, dem immer wieder Rechnung getragen werden, ja soll ich sagen, muss, dem Rechnung getragen werden muss, natürlich Rechnung getragen werden kann. Und vielleicht stellen wir als Menschen zu viel Bedingung an diesen Sex, an dieses Einfache, an dieses Natürliche. Vielleicht haben wir das mittlerweile zu stark verbrämt. Vielleicht projizieren wir da zu viel rein, unsere Unvollkommenheit oder die Unvollkommenheit anderer Menschen, die wir vermeintlich sehen oder die wir bemerken. Und schon sind wir dabei und sagen, okay, das ist mir zu einseitig irgendwo, das gefällt mir nicht, das passt mir nicht, also ziehe ich mich zurück und habe mit der keinen Sex mehr. Oder ich habe mit dem Mann eben auch keinen Sex mehr. Obwohl er vielleicht am Anfang mal ganz gut war, aber mittlerweile stelle ich Bedingungen. Und man stellt sehr schnell in der Sexualität, wie auch überhaupt in Partnerschaften, im Wohlverhalten oder in einer bestimmten Verhaltensart, die man von dem Partner verlangt, Bedingungen. Man ist sehr schnell dabei, als Mensch Bedingungen zu stellen. Und das wird sehr schnell problematisch. Weil wenn ich Bedingungen stelle, dann neigen Menschen dazu, sich den Bedingungen zu verweigern. Weil sie das als Forderung sehen, weil sie das als Überforderung sehen und weil sie das natürlich nicht mitmachen. Also trotzdem Sex heißt, ja, trotz aller Unkalküle, Unwägbarkeiten, Unvollkommenheiten, trotzdem Sexualität zu haben, wie auch immer die aussieht. Trotz schlecht drauf sein. Ich bin nicht gut drauf, weil jetzt ist gerade November oder ich bin meiner depressiven Episode oder ich habe gerade eine Prüfungsvorbereitung oder ich muss noch einkaufen und ich muss noch dies erledigen und Gott weiß, was tun irgendwie. Und trotzdem Sex einfach zu haben zwischendurch ist ja kein großer Akt. Ich meine, es kann ein großer Akt werden. Man kann daraus eine Celebration machen von drei, vier, fünf Stunden, von einem Tag, von drei Nächten in einem Hotel, Luxushotel. Das kann man alles machen. Aber Sexualität hat sehr, sehr viele Spielvarianten. Also trotzdem schlecht drauf sein, trotz sich nicht in Form fühlen, trotz Stress durch Kind, durch Arbeit und trotz dieser ganzen Ausreden, die man stets und ständig parat hat, trotz eben diesem nicht idealen Ambiente, ohne Kerzen, ja, trotzdem sind jetzt keine Kerzen da oder du kannst gerade keine Kerze anzünden. Du kannst es dir vor dem Ofen kuschelig machen, diesen Ofen anzuzünden geht gerade nicht, aber die ist danach und deiner Partnerin ist auch gerade danach oder umgekehrt ein Mann und Frau oder Mann und Mann, und wer auch immer dabei ist, dieser Sex ist stets und in allen Varianten und Variationen und in allen Zeiteinheiten möglich. Und vor allem trotzdem, der Partner hat es eigentlich nicht verdient. Wie oft benutzen wir Sexualität als Belohnungssystem und haben uns unsere Eltern früher gestraft oder belohnt, dann haben sie versucht, uns zu manipulieren und damit abhängig zu machen und ein Wohlverhalten heranzuziehen, buchstäblich. Das ist ja das schreckliche Wort dafür, in der Erziehung heranzuziehen, ein Wohlverhalten, ein bestimmtes Verhalten. Und dann kriegst du eben Liebesentzug und dann kriegst du kein Gute-Nacht-Kosten, Gott weiß was. Und all diese schrecklichen Erziehungsmethoden, die haben wir als Erwachsene sehr, sehr stark in uns verinnerlicht. Und dann sagen wir auch trotzdem, naja, der Partner hat es eigentlich gar nicht verdient, denn der war letzte Woche schlecht zu mir und wir hatten Streit gehabt und all das und das funktioniert nicht. Oder wir hatten gerade eben einen Streit, warum soll ich jetzt gerade Sex haben nach diesem Streit? Jetzt brauche ich erstmal den Rückzug in die Ruhe. Und das ist falsch. Und damit kein Missverständnis entsteht, Sex entsteht immer im wechselseitigen und beiderseitigen Einvernehmen. Aber es ist da. Trotzdem, du sagst, der Partner oder die Partnerin hat es nicht verdient. Trotzdem schnupfen. Tatsächlich einfach so ohne Bedingung, bedingungsloser Sex, das könnte man jetzt so als Leitsatz machen. Bedingungslose Liebe. Liebe ist an keine Bedingung geknüpft und sie lässt sich eigentlich nicht an irgendeine Bedingung materieller Art, immaterieller Art, kognitiver Art oder was auch immer wir dazu sagen wollen, verknüpfen. Sie ist bedingungslos und geschieht einfach so, ob du willst oder nicht. Du bist immer wieder der Liebe ausgeliefert und so bist du eben auch deiner Sexualität ausgeliefert. Also eine Sexualität ohne Bedingungen. Wir verhindern häufig durch unsere Bedingungen das Spontane. Dass diese Dinge, die einfach so zwischendurch passieren, wie gesagt, länger oder kürzer, das ist egal. Das Mögliche. Sex ist tatsächlich Sex so oder so rum. Von dieser Seite oder von der anderen Seite. Auf dem Küchentisch genauso wie auf deinem geliebten Kanapé oder in dem Bett. Und es wird viel zu viel auf ihm abgeladen, herumgemacht, Bedingungen wie gesagt gestellt, ausgeredet. Zu viel Wert auf den Sex in diesen programmierten oder vorgestellten oder geplanten Bedingungen gemacht. Also, um es nochmal zu sagen, so natürlich, wie ich am Anfang schon sagte, eingangs schon sagte, wie Essen und Verdauung. In allen Spielen und Nuancen vorhanden. Es gibt Studien oder interessante Untersuchungen darüber zu sagen, es gibt Menschen, die haben, jetzt Menschen in Partnerschaften, die haben selten Sex. Sehr selten, vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Monate oder zum Geburtstag oder nur zu Weihnachten und all diese Sachen. Und da gibt es Menschen, die nie Sex haben. Und da gibt es natürlich Menschen, die haben eine regelmäßige Sexualität. Da ist überhaupt keine Rede davon. Die schlafen einmal am Tag miteinander oder einmal die Woche oder zweimal die Woche. Und dann gibt es die Menschen, und das ist eine große Fraktion auch, wenn man das in Studienlagen betrachtet, die haben trotzdem Sex. Trotz dieser schlechten, widrigen Wetterbedingungen. Mal schnell, mal lang, zwischendurch. Und das trägt natürlich dazu bei, dass solche Menschen eigentlich in den Partnerschaften relativ zufrieden sind. Und keine Forderungen stellen, keine Überforderungen vornehmen und all das. Sondern in einer Ausgeglichenheit ineinander ruhen in der Partnerschaft. Emotional, affektiv miteinander ruhen. Weil Sexualität macht natürlich Entscheidendes mit den Emotionen und dem Affektiven. Er entlädt sich und er führt zu einer Befriedigung. Und die Befriedigung ist natürlich wechselseitig und wichtig. Und man kann sich sehr schnell in etwas Aversives, Einseitiges reinsteigern und dann wird die ganze Sache schwierig. Aber eben das zu überwinden und zu sagen, okay, trotzdem Sex, ich mache es trotzdem, immer wieder, in der Hinsicht ist eine interessante Perspektive, die man einnehmen kann.